Bitte sehr. Herr Piazzolo, einen Moment noch bitte. Ich darf bekannt geben, dass die Fraktion Bündnis 90 die Grünen für ihren Antrag namentliche Abstimmung beantragt haben. Bitte schön, Herr Piazzolo. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nun, München, aber auch Oberbayern braucht den Ausbau des Münchner S-Bahn-Systems. Es braucht es dringend, entschlossen und sofort. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Staatsregierung kriegt es nicht hin. Diese Staatsregierung kriegt es nicht hin. Es sind zwei Jahrzehnte der Täuschungen und Enttäuschungen für Pendler im Raum München, für Münchner, für 800.000 Leute, die die S-Bahn benutzen. Und es ist auch kein Wunder, weil die Staatsregierung kriegt gar keine Großprojekte hin. Es funktioniert nicht. Die Energiewende haben wir heute debattiert. Flughafenanbindung und vieles mehr, Länderfinanzausgleich. Es läuft nicht. Diese Staatsregierung ist zu klein für Großprojekte. Hier ist ein kleines, ist ein kleines, die Stadt, haben Sie denn die Startbahn hingekriegt bisher? Nein, die Startbahn ist auch nicht da. Seit vielen, vielen Jahren, Sie kriegen auch das nicht hin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist nur ein kleiner, dünner Ausschnitt eines Aktes der Versprechungen. Versprechungen seit sieben Jahren. Ihr Vorgänger, Minister Zeil, hat versprochen, versprochen, versprochen. Ständige Zahlenänderungen, ständige Wendungen. Es ist auch hier eine Seehoferitis. Auch Sie, Herr Staatsminister, den ich sonst schätze, auch als zuverlässig bei vielen Dingen, aber in diesem Fall Seehoferitis. Ich glaube, man kann sogar von einer Null plus X sprechen. Und das X wird scheinbar auch wieder eine Null. Es passiert leider nichts. Es ist beinahe alles falsch gemacht worden. Was man hier falsch machen kann, ich will nur ein paar Punkte aufzählen. Die ewige Planungsdauer. Seit mehr als 20 Jahren reden wir über eine zweite Stammstrecke in München. Seit mehr als zehn Jahren hängen die Planfestungsverfahren. Man muss sich das mal vorstellen. Mehr als zehn Jahre braucht es, bis ein Plan festgestellt ist. Da kommen wir in Deutschland, in Bayern doch nicht mehr weiter, wenn wir zehn Jahre zum Planen brauchen. Da muss endlich mal Dampf dahinter, aber sehr, sehr schnell. Wir haben keine verlässlichen Kostenschätzungen. Als das Projekt 2001 begonnen wurde, 500 Millionen. Wir sind jetzt nach der neuesten Schätzung bei 3,1 Milliarden. Eine Versechsfachung der Kosten in nicht einmal 15 Jahren. Und die Finanzierung steht auch nicht. Ich möchte Ihnen mal vorlesen, was an dieser Stelle Sie vor nicht einmal einem Jahr gesagt haben und was festgelegt wurde. Nicht nur, dass der zweite S-Bahn-Tunnel kommen soll, sondern es hieß, mehr als 2,1 Milliarden wird die Staatsregierung nicht ausgeben. So hat es das Kabinett beschlossen. Mit 2014, August 2014, knichte mal ein Jahr. Und da heißt es, die Staatsregierung will endgültig im August 2015 entscheiden, ob die Strecke gebaut wird, ja oder nein. Und was haben Sie vorgestern gesagt? Keine 2,1, sondern 3,1. Und keine Entscheidung im August 2015, sondern Ende 2016. Wieder werden die Menschen vertröstet. Und ich sage es Ihnen offen, es glaubt niemand mehr. Niemand. Es glaubt Ihnen nicht mal der eigene Kollege Erwin Huber, Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses, der wahrscheinlich im Moment nicht da ist, weil er befürchtet hat, ein zweites Mal am heutigen Tag von der Opposition gelobt zu werden. Vorher im Bereich Energie, wo gesagt wurde, er hatte dort die bessere Antennen. Und auch jetzt sagt er ganz deutlich, es muss jetzt entschieden werden und es muss jetzt etwas für die Pendler getan werden. Genau das, was wir auch sagen, jetzt müssen die Entscheidungen her. Kosten-Nutzen-Plan, Kosten-Nutzen-Faktor, auch nicht ausgerechnet. Der liegt im Moment bei 1,04, die Zahlen aber von 2013 zugrunde gelegt oder 2012. Auch hier sind wir nicht mal sicher, ob der Bund mitfinanzieren darf. Kurzum, was wir wollen als Freie Wähler, wir stehen zu einer großen Investition im S-Bahn-System München-Oberbayern. Wir wollen es. Wir wollen aber die Entscheidung jetzt im Jahr 2015. Wir wollen, dass Sie Ihr ursprüngliches Versprechen, liebe Kollegen von der CSU, einhalten. Halten Sie doch einmal Wort, dass die Leute Ihnen auch glauben können. Tun Sie das. Wir wollen jetzt einen festen Finanzplan. Wir wollen eine konkrete Kostenaufstellung und wir wollen einen konkreten Plan, wann fertiggestellt ist. Und nicht jedes Jahr um zwei, drei Jahre zu verschieben. Wir wollen auch, wenn Sie das nicht leisten können, eine sofortige Alternativplanung. Und wir wollen schon jetzt konkrete Verbesserungen, nämlich die Außenäste stärken und vieles mehr, das Leitsystem verbessern und einiges mehr. Jetzt muss was getan werden und da sind wir uns einig mit Herrn Huber. Vielen Dank, dass Sie da sind. Vielleicht können Sie unsere Position unterstützen, auch im S-Bahn-Bereich. Sie haben es jedenfalls zu den Medien gesagt, dass Sie das tun werden. Gerne, konkret schauen Sie unseren Plan an, 10-Punkte-Plan. Herr von Brunnen, da steht alles ganz genau drin. Den kann ich Ihnen heute noch einmal zur Hand geben. Dankeschön.